so da wären wir wieder und ich sehe gerade hier lovecraft in cats der rumläuft und er läuft rum und brabbelt dabei ja nicht so gut ist jetzt endgültig durchgedreht aber anscheinend ist er noch einigermaßen harmlos kann man jetzt noch genauere details sich angucken zustand er hat in einem guten schlafzimmer geschlafen ich sehe hier nichts was auf seinen geisteszustand hinweist na gut das heißt er wird jetzt eine ganze weile rumlaufen und den entweder sich selbst umbringen oder anfangen leute zu schlagen müssen wir mal gucken was auch nicht so schöne wenn er irgendwelche schalter umlegt zum beispiel die schalter zum hauptdor aber sind ja einigermaßen gut hinten gesichert wir sollten vielleicht meine tür hier reinsetzen um genau sowas zu verhindern dass irgendein zwerg da einfach mal hinläuft und ein wenig herum drückt so was war das eine jetzt lassen wir die zeit mal weiterlaufen was was gerade für eine nachricht sind viel zu viele fehlermeldungen item inaccessible die sind jetzt alle unten wahrscheinlich so viel blut überall blut und die mauer unten ist immer noch nicht fertiggestellt so das kann mal weiter gebaut werden und die wollen alle runter um die sache aufzuheben können wir die einfach verbieten oder ist da irgendwas wichtiges bei socke ein schuh überreste von einem lungenfisch ich glaube die müssen wir nicht unbedingt alle sofort haben d und db und f und zieht das hier einmal rüber damit die ganze fehlermeldung aufhören oder oben haben eine leiche das sollte schon zu uns gebracht werden ja haula der muss nach hause gebracht werden sonst haben wir gleich noch ein geist und das muss ja nicht unbedingt sein apropos noch ein geist ich sollte mal den slap aufstellen wurde mir gesagt das hatte ich ja schon mal probiert das hat nicht so wirklich funktioniert gucken wir mal ganz kurz hierhin wo die ganzen särge schon aufgereiht sind also b für bauen und jetzt soll hier irgendwo dieser slap sein ein burial receptacle ist es nicht das ist der sag das hatten wir schon mal statue slap wir hätten jetzt gerne hier ein slap x granit memorial to to was du hämmer ohne ralp aber sehr schön es hat endlich geklappt enter und damit müsste der geist jetzt auch verschwinden das wäre schon mal schick ich scroll mal ganz kurz hoch ist der geist noch da ja der geist ist noch da und jede menge goblins sind auch noch da die farm laufen einigermaßen aber essen level schmiel unendlich level schmiel unendlich so trinken was sagen unsere stockpiles wir haben nur noch 394 trinken das ist gar nicht gut ganz und gar nicht gut wir wollen jetzt ja gerade neue zwerge anlocken und ohne alkohol kommt garantiert kein zwerg her lovecraft und cats ist immer noch friedlich hängt immer noch in der mensa ab und starrt in der gegend rum in der letzten folge haben wir die ganzen kinder jetzt hergestellt und unsere rüstung angefangen zu produzieren wurden auch schon ein paar hergestellt kohle ist in arbeit und rock pots und auch in arbeit sehr schön dann können wir uns unsere neuzugänge angucken ich habe schon ein paar namen verteilt aber wir sollten jetzt auch unsere zukünftige miliz wieder aufbauen also wir haben bisher jetzt zwei stück das heißt ich werde jetzt mal wahllos ein paar von den neuzugängen schnappen nickname du bist jetzt ein hammer ein siege operator brauchen wir auch nicht unbedingt weil mit siege weapons also mit katapulten und dergleichen und abalesten und was es da alles gibt habe ich noch gar nicht auseinander gesetzt also zum einen weil es mich einfach bisher noch nicht so wirklich interessiert hatte und zum anderen weil ich im wiki gelesen habe dass die nicht besonders zielgenau sein sollen also und vor allem so eine forgotten beast die kann man meistens ganz gut mit irgendwelchen fallen erledigen da braucht man extra katapult für so hammer da oben ist auch noch einer ohne profession hammer und die fischarbeiter fischer haben wir auch keine obwohl so ein unterwasser zugang hätten wir ja da wo der brunnen eigentlich rein sollte da könnte man fischen wenn man da was ausbauen würde also eben so ein kleiner bereich der unzugänglich ist für irgendwelche monster wo die fischer dann runter gehen können und zugang zum wasser haben wäre eine gute nahrungsquelle ist eigentlich gar nicht so eine schlechte idee müssen wir mal gucken so dich auch noch und dann müssten wir eigentlich schon wieder ein fastenvollen trupp haben so militär unsere färbemittel sind jetzt zwei stück drei stück vier stück fünf stück hammer und wie verschrieben okay sechs stück sieben stück acht stück neun stück zehn stück passt doch sehr schön aber noch welche über oder ja da ist noch einer über dann schmeißen wir den himmel raus nehmen dafür den hammer rein warum macht er das nicht wo ist jetzt der hammer hin oder war das irgendwas doppelt belegt nieder pankolos pankolos soll auf jeden fall dabei bleiben und dafür ist oben wieder dafür ist hier oben wieder dieser hmmr der soll bitte ersetzt werden durch noch einen die falsch geschrieben hat nein sie noch irgendwo ein ordentlicher hammer dabei sonst muss ich halt diesen neuen siege operator umbenennen okay also einheitenliste siege operator aber ganz unten eigentlich der name war rot oder wie hieß der jetzt olna irgendwas wir gucken einfach nach hammer ohne arm kein name hammer ich habe es überall richtig geschrieben warum war eben gerade in der einheitenauswahl das so komisch so zerstückelt da muss ich noch nicht umbenennen wir haben jetzt unseren vollen trupp dann wurde immer gesagt ich sollte doch auf dem liter screen das so einstellen dass nicht durchgehend alle leute einbezogen werden damit halt die leute nicht so schnell krumpig werden und das gucke ich mir mal genauer an gehen wir erstmal auf schedule da haben wir noch unseren alten trainingsplan und jetzt hätte ich es aber ganz gerne dass wenn die leute aktiv gemacht werden um zum beispiel irgendwelche troglodyten in den höhlensystem auszulöschen dass dann nur sechs von den zehn aktiv gemacht werden ich hoffe dann einfach mal dass die aktiv gemacht werden die auch gerade lust dazu haben und wenn jemand zu grumpig wird dass er ausgetauscht wird das wäre echt schick aber wie machen wir das wir können die order editieren mit e und hier können wir einstellen mit plus minus und den schräg und durch und was weiß ich hier steht zehn soldier minimum das wollen wir jetzt ändern auf fünf ok wird es jetzt abgespeichert nein wurde es nicht muss shift enter drücken zum abspeichern auch nicht schlecht so diesen befehl mit den fünf leute minimum kopiere ich jetzt mal copy order ist c paste order sp schön intuitiv paste 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 so die haben keine befehle kann ich keine befehle editieren dass nur fünf leute das machen müssen wie kann ich nicht weil das sind jetzt hier die befehle für die was sie machen sollen wenn nichts los ist also im normalfall haben sie halt den ersten beiden monaten nichts zu tun und im dritten und vierten monat werden sie auf aktiv gesetzt aber dann trainieren sie nur wenn ich jetzt plötzlich im ersten monat sage das ist ein angriff wir brauchen jetzt ganz schnell unsere miliz und aktiviert die alle gilt denn das gleiche wie vorher auch also dass nur fünf aktiviert werden ich glaube nicht denn das steht hier nur bei diesen hier dabei bei den trains nicht bei den anderen vielleicht gibt es ja irgendwo noch übergreifend dass immer nur fünf leute aktiviert werden sollen was haben wir hier name gritzel damit kann wahrscheinlich die sache hier umbenennen das wollen wir nicht sie können schlafen wo sie wollen ist okay und sie sind wenn sie inaktiv sind nicht uniformiert oder sie werden nicht uniformiert wenn ich da jetzt draufklicken bin ich mir jetzt nicht sicher view alerts ich sehe hier keine option wo wir das einstellen können dass immer nur fünf aktiviert werden also müssen wir einfach hoffen dass wenn sie aktiviert werden es ist einer von diesen monaten ist wo train steht damit er nur fünf aktiviert werden na gut es hilft schon mal ein wenig um die schlechten gedanken zu minimieren so was haben wir noch equipment haben wir den schon die richtige uniform zugeordnet da gucken wir mal ganz kurz im schiff ist ein uniform zwar hammer das ist richtig und haben auch alle automatisch schon angewählt das ist ja schick ok also haben wir jetzt unsere miliz wieder wir hatten den auch schon raum zugeordnet richtig färbemittel trainieren hier und lagern ihre ausrüstung ja sehr schön also wir haben kickel jetzt hergestellt wir haben uns im liest wieder auf die beine gestellt jetzt müssen die nur drei vier 15 jahre trainieren bis auch einigermaßen gut mit dem kleinsten kram überhaupt klar kommen aber es ist schon mal angefangen und unsere stockpiles quillen über mit einem möglichen zeug statuen wo die statuen kann er mal irgendwo aufstellen das hilft ja auch dass unser fort ein wenig mehr ansehen gewinnt einfach so random statuen in den gängen oder hier unten denn ich denke mal gerogon wird irgendwann noch billiger werden was seine gruft angeht und können wir schon mal vorarbeiten und in den anderen griften sollten auf jeden fall den boden mal polieren dass wir dann auch schon statuen da aufstellen können denn wenn wir später noch mehr noble leute haben dann wollen die auch alle eine eigene gruft haben heißt wir können auch schon mal hier das ganze ausräumen so unter symmetrie halber müsste da auch noch was frei gemacht werden das sind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 und jetzt hier hoch so darunter und das ganze wieder aushöhlen damit es genauso aussieht wie in den mittleren gängen auch und so haben wir noch mehr platz für werke nicht dass wir es wirklich brauchen würden aber man weiß ja nie so ich glaube jetzt müsste das hier aussehen genauso wie da und da und da und was war das gerade für eine lille nachricht ich mag keine lille nachrichten ach so nur ein hündchen wurde geschlachtet haula luke wurde seit einer woche vermisst ein kind wurde seiner woche vermisst ja das sind die ganzen leute die unten gestorben sind vor kurzem gar nicht gut und hier ist die nachricht dass der geist endlich zur ruhe gebettet wurde das ist sehr schön das überprüfen aber gleich mal f1 und ganz nach oben scrollen jo kein geist mehr da sehr schön aber wo ich gerade die goblins sehe ich wollte den goblins raum noch ein wenig ausbauen da genau hier und zwar hier um diese spitze herum noch ein paar fallen aufstellen und zwar waffen fallen damit die goblins hier runter geschmissen werden und das trotzdem überleben auch recht schnell zerhackstückelt werden also bj nein b shift t weapon trap das problem meine weapon traps war glaube ich nur dass wir nicht genug waffen haben aber das können wir ändern wir haben copper picks nein wollen wir nicht wir haben steel battle axes nein das wollen wir auch nicht ein silber zweihand irgendwas das kann rein das kann rein das kann rein das kann rein eine groß wachst du ja sehr schön so die pieke ja kommt mit reiner iron mails stimmt ich muss die waffen eigentlich noch mal alle aussortieren denn ich sollte jetzt keine alber mails ist benutzen auch keine steel mails sondern silber mails davon haben wir leider keine wir haben hier nur andere silber waffen das heißt wir sollten die auch nicht benutzen für eine waffenfalle denn wir sollten sie lieber einschmelzen und aus dem daraus gewonnenen barren denn die silber mails herstellen also die select z z z z z z und dafür können die helle bade rein das bis mit bronze was copper mails kann auch ein die ganzen crossbows könnten wir eigentlich auch noch ein stopfen die wegen gerogon immer produziert werden aber da müssten wir doch dafür sorgen dass immer wieder neue bolzen hergestellt werden das ist doch ein wenig ärgerlich so jetzt haben wir nicht mal eine waffenfalle voll bekommen das ist echt doof und gut die dann selecting und fertig so das heißt in der nächsten fall können wir wieder anfangen fleißig die kopplans hier runter zu schmeißen aber jetzt machen wir einen kleinen cut und sehen uns gleich wieder so